Da sind wir auch wieder mit einer neuen Folge von Wie gut wird, heute mit einem sehr interessanten Stürmer, einem Hühnen muss man schon fast sagen, Lorenzo Luca von Pisa. Er ist 2,01 Meter groß, hat dadurch natürlich eine extrem gute Kopfballtechnik von 17, auch die Sprunghöhe von 17, was aber ihn auch sehr besonders macht. Er ist nicht allzu langsam, man kann ihn wahrscheinlich auch noch in all den Jahren, wenn er es erst 20, auch noch eine ordentliche Schnelligkeit geben, was besonders bei so einer über 2-metrigen Gestalt eher seltener vorkommt. Hat eine sehr hohe Zielstrebigkeit, was natürlich auch immer ein Vorteil ist. In allgemein auch schon jetzt mit 20 Jahren ein sehr interessanter Stürmer, der nicht allzu viel kostet, ist zwischen 1,9 bis 5,6 Millionen Euro wert hier beim AC Pisa. Und er hat einen guten Abschluss, eine gute Nervenstärke, ohne Ball ist er gut. Hat eine gute Technik, also kann auch mit dem Ball ein bisschen was machen. Gut, Passspiel von 9, Übersicht 10, also wenn man ihn jetzt zu einem mitspielenden Stürmer machen möchte, muss man dann auch ein bisschen was verbessern. Aber auf jeden Fall ein sehr interessanter und auch, wie ich weiß, sehr beliebter Spieler bei euch. Sehr, sehr viele, die den FM zocken, holen ihn oder haben ihn mir auch schon empfohlen, dass er es ihm mal kaufen sollte bei einem meiner Saves. Und ja, schauen wir mal, wie er so in 10 Jahren aussieht. Das ist so einer der Spieler, wo mich das am meisten interessiert, denn das könnte schon was Interessantes werden. Zu ihm muss man nur sagen, wow, also wie krass ist der denn gut geworden? Also insgesamt um 2,88 Punkte hat er sich verbessern können. Nur seine Zielstrebigkeit ist von 18 auf 15 gesunken, was nicht so schlimm ist, weil er hat ja bis dadurch jetzt schon wirklich in seinen Fähigkeiten krass verbessern können. Insgesamt um 2,13 Punkte. Und auch die physisch ist stark gestiegen, um fast 3 Punkte im Schnitt. Seine Schnelligkeit sogar um 4, seine Beweglichkeit, seine Balance. Also er ist eigentlich relativ schnell wendig, hat eine gute Standhaftigkeit aufgrund seiner Balance natürlich auch. Also er ist schwer vom Ball zu trennen. Sein Passspiel und seine Übersicht vor allen Dingen konnte er auch nur gut verbessern. Also auch da kann er jetzt deutlich mehr machen. Hat einen Abschluss von 16, einen ordentlichen Weitschuss. Kann gut 11 Meter schießen. Seine Kopfballtechnik ist bei 18, seine Sprunghöhe auf 20. Also wen würdest du da gegenstellen? Da brauchst du wirklich schon ein gleichwertiges Monster in der Abwehr gefühlt, damit er das da gut machen kann. Seine Antizipation ist um 5 gestiegen. Er hat allgemein einfach bis auf 4 Fähigkeiten, wo nichts passiert ist. Und halt die Zielstrebigkeit überall mindestens um einen Punkt bis zu 5 Punkte stärker geworden. Das ist ein Spieler, den würde ich auf jeden Fall euch ans Herz legen. Kauft ihn direkt in der ersten Flasche, in der zweiten Saison je nachdem. Aber das ist einer für die Zukunft, der sehr, sehr interessante Möglichkeiten euch bietet. Vor allen Dingen natürlich bei hohen Bällen, bei Eckbällen. Das ist ein Junge, der hat viel, viel Potenzial. Einer der interessantesten Spieler bislang von unserem Format. Und Lorenzo Luca am Ende verdiente 8,8 Millionen Euro und ist zwischen 72 und 216 Millionen Euro wert. Schauen wir uns mal kurz mal an. Er ist damals für nur, in Anführungsstrichen, 32 Millionen Euro gewechselt, nachdem er schon 3,5 Saisons in Pisa hatte. Also, wie ich gesagt habe, 4,5 sogar. Oder, genau. 1, 2, 3, 4. In der vierten Saison, in der Rückrunde, ist er gewechselt. Genau. Also wirklich ein Spieler. Das ist auch finanziell mehr als lohnt. Und kauft ihn euch. Absolute Empfehlung von mir.